Apis Stier war ein heiliges Tier und war ein Symbol der Fruchtbarkeit. Er wurde seit der ersten Dynastie im Tempel des Gottes Bethach in Memphis verehrt. Nachdem Apis Stier natürlich sterbt, suchte man nach einem neuen Stier. Der Leichnam des toten Stieres wurde innerhalb von 70 Tagen mumifiziert. Die Mumie des Apis Stieres wurde dann von den Priestern des Bethach dem Bell im Sarabium von Saqqara bestattet. Untertitelung des ZDF, 2020